Sonst hört sich das, sonst hört sich das so an. Dann hört sie mich aber gar nicht schreien. Ja, das machst du dann, äh... Das musst du dann drücken. Das darf ich doch dann gar nicht. So, du brauchst erstmal ne Storkel-Taschenlampe hier. Mein Essen ist grad runtergefallen. Noch irgendwas? Ich werd nochmal hier mit dem Guide sprechen. Oh, gib mir das. Dann nimm den Mund noch voller, Alter. Warte, kann ich mit dem Guide sprechen? Ja, mach du. Daniel White, 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 Daniel White. Digga, der hört sich gleich richtig aus. Ach, Quatsch. Ist er da unten, oder ist er da oben? Lass mal oben gucken. Wir haben grad die Tür zum Keller aufgemacht. Over. Okay. Kannst da mal runtergehen. Du hast over vergessen, over. Die Marshmallows sind gelandet. Die Löcher kommt mein Gott nicht gelandet. Daniel Smith, gib uns ein Zeichen. Daniel Smith, gib uns ein Zeichen. Daniel Smith, gib uns ein Zeichen. Daniel Smith, Daniel Smith, can you hear me? Daniel Smith. Ich glaub, der ist unten, Alter. Daniel Smith. Der ist unten, der ist unten. Der Geist, lass uns sind grad kaputt da unten. Das Wasser ist an, das Wasser ist an, das Wasser ist an. Das Wasser ist an. Okay, warte, warte, warte. Daniel Smith. Daniel Smith. 8 Grad, 7 Grad. Dreckiges Wasser, dreckiges Wasser. Daniel Smith. Daniel Smith. Daniel Smith. E.M.F. E.M.F. liegt hier. Ich hol das Buch, ich hol das Buch. Houston, wir haben ein Problem. Over. Oder auch nicht. Der Fernseher ist angegangen. Ey, der Fernseher ist angegangen. Der Fernseher ist angegangen. Yo, ich komme. Ich komme. Sven, du Wichser. Okay, jetzt geht's wieder los. Over. Ich bin jetzt im Bad angekommen. Over. Jetzt mache ich mal das Licht aus und dann frage ich ihn mal, ob er was zutreiben kann. E.M.F. 2. Du musst schon mit den Rehen, ne? Ey, Leo, du musst mit den Rehen. Push, du tauch. Daniel Smith. Wenn du mich hören kannst. Dann gib uns ein Zeichen. Daniel Smith. Wenn du dich hören kannst. Lass mal nach oben. Lass mal nach oben. Lass mal nach oben. Oben ist es. Äh, äh, Geisterbox. Geisterbox. Er hat geantwortet. Okay. Daniel Smith. Daniel Smith. Wenn du mich nochmal hören kannst, dann schreib bitte etwas ins Buch. Ja. Der hat gesagt, Kühl. Ja, okay, okay. E.M.F. 4. Daniel Smith. Daniel Smith. Komm. Daniel Smith. Daniel Smith. Komm her und töte uns. Daniel Smith. Komm her und töte uns. Daniel Smith. Ah, 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 ah. Daniel Smith. 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 Daniel Smith näher drausflieft. Genau hier wo du Gott schelst. Genau hier? Daniel Smith, wo bist du? Leg das mal auf den Waschbecken drauf. xD Beehe, dur�st nichts Waschbecken! Du wirst ein Typ ey. Check angreifen der wills angreifen. Hier soll ich mal hier raus kommen. Ey aber das walkie talkie ist hier drin. Wir brauchen das walkie talkie. Nä hier sind 3 grad bei der Waschmaschine. Hier bei der Waschmaschine. 3 grad. Nä hier ist kein Geiss. Nää. Och der jagt uns. Der rennt da rum. Der rennt nach oben. Der fickt uns alle, der fickt uns alle! Der ist nicht mehr da. Ne, es flackern nur die Lichter, der ist nicht mehr da. Bleib draußen, Alter. Er ist gestorben, er ist tot, er ist tot! Alter, ich hab's aufgenommen! Wollen wir jetzt abhauen oder? Oder was meinst du? Seine Freundin kam gerade ins Zimmer und hat gesagt, zeig mal bitte ein bisschen leiser. Ich glaube. Was ist das jetzt für ein Geist? Lass mal gucken, ob er was ins Buch geschrieben hat. Und Fingerabdrücke. Boah, das ist minus 5? Ne, ne, war okay. Ne, ich glaub nicht. Lass nochmal sicher gehen, hier mit Kamera. Wegen Geisterkugeln. Ne, dann guck. Was willst du machen? Wegen Geisterkugeln gucken. Ne, dann bis gleich. Ne, du kommst schön mit. Ich muss mal was essen, ey. Ich guck dir beim Bildschirm zu. Ne, 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 ne. Und nimm vorher ne Pille. Ah, ich schon. Ne, ich stell dich. Steh mal hier vorne an der Ecke. Na, genau. So hier, in die Richtung? Ja, genau Richtung gesehen. Der redet, der redet mit uns. Weil ihr das Ding angelassen habt. Scheiße. Digga, du läufst so richtig cool, alter. Hast du die Kamera gemacht? Scheiße. Digga, wenn ich jetzt sterbe, ne? Du musst schon aus früheren sprechen. Ich sage, ich sterbe jetzt. Schnell raus hier, schnell. Schnell raus hier. Schnell raus hier, alter. Schnell raus hier, alter. Schnell raus hier. Der hat halt keine Aktivität. Warte mal, ich versuch mal was. Die Dinger siehst du doch nur mit Nachtlicht. Sicher? Mhm. Ja, warte, ich geh noch mal rein. Guck mal, wie ein Geisterorps. Vorgereit. Ja. Ja. Er hat im Bord das Licht angemacht. Ich will da nicht hin. Er hat's aus. Wir müssen nochmal wegen Fingerabdrücke gucken. Hast du doch die UV-Lampe? Emf. 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 4. Hier auf dem Boden. Hab sie. Okay, bis gleich. Na ja, ich dich auch. Finger. Fingerabdrücke. 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 Super. Alles klar. Was haben wir jetzt noch als Beweis? Nenn nur Fingerabdrücke und Geisterbox. Ich würd sagen, es ist bugelt. Er sagt, dass ein Poltergeist ist. Warte. Ins Geisterbuch hat er nicht geschrieben, oder? Äh, ja. Weil ein Gespenst war's nicht. Wie sagt ihr? Das ist ein Spooker, oder? Ja, komm, abfalt. Oha, Sven.